Grüß dich miteinander, ich bin ein ehemaliger Sportler und möchte euch etwas erzählen über den Atlaswirbel. Ich habe in meiner Karriere auch etwas mitgemacht mit dem ganzen Training und alles drum und dran. Und eben nach meiner Karriere habe ich immer wieder Probleme gehabt mit meinem Rücken, mit meinem Halswirbel. Und habe da rumgedockt und dann geschaut und dann hat einmal ein guter Freund zu mir gesagt, ich gehe einmal nach Brixen, da gibt es eine Praxis, die heißt Atlas Prophylax von der Sandra Heil. Ich bin da hingegangen, habe das gemacht, das war eine super Sache und ich muss sagen, seitdem sind meine Schmerzen verschwunden und ich kann es leider an jedem Sportler oder Privatperson, der Probleme haben im Hals- oder Rückenbereich, vielleicht auch Kiefer glaube ich sogar dabei, dass sie sich behandeln lassen. Die Behandlung dauert nicht lang und ist wirksam. Und wie gesagt, geht es hin, wird es segen, es wird nicht enttäuscht sein. Ihnen alle noch einen schönen Gruß und Servus.